TEC stellt dieses Jahr eine unschlagbare Aufbautechnologie vor, mit der wir Gutes noch besser machen und neue Maßstäbe in der Reisemobil-Mittelklasse setzen. LLT – Long Life Technology heißt das neue Aufbaukonzept, das Ihnen als Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und spezieller Fertigungstechniken vor allem eines bietet – langlebige und wertstabile Premium-Klasse-Technik – ein ganzes Reisemobil-Leben lang. Die Long Life Technology besteht aus drei Kernelementen – Schutz vor Witterungseinflüssen, Schutz vor Feuchtigkeit und Leichtbau. Dach und Unterboden eines Reisemobils sind Wind und Wetter besonders ausgesetzt. Aus diesem Grund schützen wir unsere LLT-Modelle serienmäßig mit witterungsbeständigem GFK, einem Material mit hervorragenden Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit, Verrottungsfreiheit und hoher Belastbarkeit. Hagel und Sturm können dem Fahrzeug nichts mehr anhaben. Der ebenfalls mit robustem GFK gefertigte Unterboden meistert problemlos selbst schwerste Bedingungen und Straßenverhältnisse. Anstelle des Wandaufbaus aus Holz und Styropor setzt TEC auf einen besonders hochwertigen Materialmix. Feuchtigkeitsresistenter XPS-Schaum sorgt im Dach, Seitenwand und Boden gleich für zwei Dinge. Der hochverdichtete Schaum besitzt hervorragende Isolationseigenschaften, die wasserabweisende Oberfläche verhindert die Aufnahme von Feuchtigkeit und schützt wirkungsvoll vor Verrottung. Vollste Sicherheit Das tragende Element des Wandaufbaus ist das Gerüst im Inneren. Hier hat TEC die bisherige Holzkonstruktion durch besonders stabile PU-Leisten ersetzt. Das sorgt für noch höhere Stabilität und Verwindungssteifigkeit. Die Reisemobile bleiben trotz der neuen Technik weiterhin unschlagbar leicht. Mit einem durchdachten Materialmix kommen speziell ausgewählte Leichtbauwerkstoffe genau da zum Einsatz, wo sie ihre Stärken ausspielen können. Das garantiert enorme Zuladungen. TEC ist Leichtbaumarktführer. Profitieren Sie von diesem Know-how. Optimal nutzen lassen sich die hohen Zuladungen durch geräumige Garagen mit einer serienmäßigen Traglast von 150 Kilo. Im Innenraum bieten vielseitige Stauraumlösungen in Oberschränken und Küchen genügend Raum für alltägliche Dinge. Besonderen Komfort bieten auch die Betten des Rotec Lift. XXL Bettenmaße bieten in allen Modellen genug Beinfreiheit, auch für große Personen. Allen Ansprüchen an einen guten Schlaf gerecht werden serienmäßige Kaltschaummatratzen in allen Betten. Ergonomisch abgestimmte Liegezonen mit unterschiedlicher Stützkraft passen sich beim Schlaf ihrer individuellen Körperform an und garantieren Erholung pur. Damit auch sonst alles stimmt, sorgt eine leistungsstarke Truma Kombi 6 Umluftheizung bei Bedarf in kürzester Zeit für ein angenehmes Klima im Fahrzeug. Dank eines speziellen Möbelbaus mit Hinterlüftung kann die Luft im Innenraum zirkulieren. Das verhindert Schwitzwasser und sorgt für eine angenehme Wärme. Um all dies und sich selbst immer sicher zu wissen, finden sich Rauchmelder in all unseren Fahrzeugen. Alles bei TEC ist wie gemacht für Ihren Urlaub. Steigen Sie ein und fahren Sie los.